Wie kauft und aktiviert man ein Gutscheinpaket auf Amazon India im Ultima Store? Schritt-für-Schritt-Anleitung. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie man Gutscheine für Amazon India kaufen kann. Schritt 1. Amazon Gutscheinkauf im Ultima Store Gehen Sie zu globalultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-in klicken. Suchen Sie nach Amazon India in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now. Füllen Sie im neuen Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use This Address. Wählen Sie dann die Zahlungsmethode Cashback Points und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order. Das Fenster des SmartPay-Zahlungssystems wird geöffnet. Klicken Sie auf Yeah, I want that, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben das Produkt bezahlt. Dies wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Wählen Sie nun My Account in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Wählen Sie auf der Seite der Bestellungen die Option Completed. Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Details Ihres Gutscheins zu sehen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum der Bestellung, die Menge und den Wert. Um die Gutscheine selbst auf der Amazon-Seite zu bezahlen, klicken Sie auf My Vouchers. Daraufhin wird die Liste der Gutscheine geöffnet, die Sie durchklicken auf den Pfeil auf der linken Seite erweitern können. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher. Ein Gutscheincode wird dann in der Spalte Vouchercode angezeigt. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie auf das Kopiersymbol in der Spalte Action klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2. Aktivierung des Gutscheins auf Amazon India. Sie können den gekauften Gutschein sofort auf Amazon India zum Bezahlen von Waren verwenden. Melden Sie sich bei Amazon India an. Gehen Sie zum Menüpunkt Amazon Pay. Wählen Sie auf der linken Seite Add Gift Card. Kopieren Sie Ihren Kartencode. Fügen Sie ihn in das Feld ein und klicken Sie auf Add Gift Card to Balance. Fertig. Das Finanzmittel wurde Ihrem Guthaben gutgeschrieben. Kaufen Sie alles, was Sie schon lange kaufen wollten.